Mir hilft das immer total, wenn ich mich wieder daran erinnere, dass ich die Gestalterin meines Lebens bin, dass ich die Richtung vorgebe und dass ich in jeder Minute entscheiden kann, in welche Richtung ich mein Leben lenke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz besondere Folge hier, die auf dich wartet, denn wenn du diese Folge hörst, dann habe ich Geburtstag und ich freue mich sehr, dass du vielleicht hier mit mir virtuell im Podcast feierst, denn wir haben nicht nur meinen Geburtstag zu feiern, sondern auch den Podcast-Geburtstag. Der Naturally Good Podcast ist heute auch vier Jahre alt. Ich kann es kaum glauben, eine fantastische Reise bisher und ich freue mich sehr, wenn du mich vielleicht schon seit Stunde eins begleitest. Ich möchte heute ein bisschen zurückblicken, vor allen Dingen aber auch auf die letzten Monate, denn da war bei mir so einiges los und es war nicht immer alles ganz so rosig und ich teile mit dir meine Tools und Tipps, wie ich wieder zu mir und vor allen Dingen auch wieder in meine Kraft gefunden habe und hoffe, dass dich das vielleicht auch, wenn du an dem einen oder anderen Punkt in deinem Leben stehst, entsprechend unterstützen kann. Also wenn das was für dich ist, dann bleib super gern an der Folge dran und natürlich gibt es hier noch ein Geburtstagskracher, denn der Naturally Good Summit steht ja wieder vor der Tür im Herbst. Da kannst du dich drauf freuen. Du weißt, das ist mein Top-Event zum Thema holistische Gesundheit und Beauty. Es warten spannende Vorträge und Panel-Talks und tolle Brands auf dich, mit denen du direkt in Kontakt treten kannst. Auch ich werde natürlich in unterschiedlichen Vorträgen und Talks dabei sein und du kannst direkt deine Fragen stellen. Und ich habe heute noch mal ein Special Goodie-Ticket hier für dich zum Summit. Und zwar gibt es einmal das Freundinnen-Ticket, das stark vergünstigt ist. Das kannst du dir aktuell noch bis zum, ich meine, 26.05. sichern. Also checkt das sehr gerne aus. Da ist all in, alle Vorträge, alle Masterclasses, alle Getränke, alles an Essen und alles an Spaß und Inspiration. Also und eine riesen Goodie-Bag. Also ich komme aus dem Aufzählen gar nicht mehr raus. Und sicher dir das Ticket, wenn du Lust hast, 5. Oktober in Düsseldorf geht's wieder los. Der Naturally Good Summit. Ich freue mich total, wenn du dabei bist und wir in den Austausch gehen. Also dieses Special Goodie kannst du dir hier zusammen mit deinem Special Buddy natürlich total gerne sichern. Ich freue mich auf dich und jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Ich teile heute meine 5 Tipps, wie du für dich wieder in deine Energie zurückfindest, wenn sie dir vielleicht irgendwo auf dem Weg dahin kurz flöten gegangen ist. So ist es nämlich mir ergangen und ja, ich freue mich, wenn ich dich darin auch unterstützen kann. Jetzt würde ich sagen, starten wir los in die Folge. So und das wird heute eine kleine Plauder und intimere, privatere Folge werden. Denn ich teile mit dir vor allen Dingen auch so die letzten Wochen und Monate, was mich da so auch beschäftigt hat und wie es mir so ergangen ist. Denn first things first, und das wirst du sicherlich auch wissen, aber ich möchte es an der Stelle auch nochmal sagen, diese ganze Scheinwelt, die man ganz oft auf Social Media sieht und die da aufgebaut wird und was man so vielleicht dann teilweise hier und da auch mitbekommt, ist natürlich nicht das, was hinter den Kulissen ist. Und das wissen wir alle, aber ich möchte es nochmal betonen, denn in den letzten Wochen habe ich für mich nochmal ganz neu oder nicht nochmal neu, aber ich durfte nochmal wirklich mich selber komplett von einer anderen Seite kennenlernen. Und zwar kannte ich mich so nämlich gar nicht, dass ich wirklich seit Anfang des Jahres damit super gestruggelt habe, wieder in meine Energie zu finden. Ende des Jahres war ja mein großes Event, das erste Mal der Naturally Good Summit, der ein voller Erfolg war. Es war ein Wahnsinn, ein absolut fantastischer Tag mit so viel Liebe gefüllt und so viel Wertschätzung von euch allen, von allen Teilnehmern, allen Brands, allen, die dabei irgendwie mit dabei waren. Und mein Herz war so voll da nach dem Event, aber natürlich war ich auch körperlich ganz schön ausgezehrt, weil, ja, ich glaube, jeder kennt das, wenn man auf was Großes hinarbeitet, dann ist man so völlig im Flow und im Rad und das ist alles gut, aber danach war ich erst mal, ja, ein bisschen erschlagen, um das mal bildmilde auszudrücken. Und was ich dann gemacht habe, also erst mal kannte ich diese Phase gar nicht von mir, ja, weil ich bin wirklich so eine Macherin und habe natürlich auch mal hier und da so einen kleinen Durchhänger, aber beruhige mich da relativ schnell wieder und nehme mir dann die entsprechenden Momente und versuche dann, mit meinen eigenen Tools zu arbeiten. Aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, also vor allen Dingen Anfang des Jahres. Und ich glaube, der erste Schritt, der mir erst mal auch geholfen hat, war erst mal, mich selber anzukennen. Und das ist auch so mein erster Tipp an der Stelle. Denn auch wenn dir von außen suggeriert wird, dass, ja, alles top ist, dass du super erfolgreich bist, dass das alles eigentlich genauso läuft, wie du dir das vorstellst, darfst du trotzdem es auch anerkennen, wenn es dir innerlich nicht so gut geht. Und genau so erging mir das. Und was ich in den Momenten vor allen Dingen ganz stark gemacht habe, erst mal dieses Anerkennen, also erster Tipp, erkenne dich an und alles, was dich ausmacht und nimm diesen Moment einfach wahr und am besten verbinde dich mit diesem Moment und spüre da mal hinein. Und was mir da ganz besonders auch immer wieder hilft, ist, mich mit mir selbst zu verbinden, mich mit meiner Atmung zu verbinden. Und das funktioniert übrigens immer am besten, wenn ich draußen in der Natur bin. Das kann ich auch nur allen empfehlen. Aber finde für dich deine persönlichen Energieinseln, das sind meine, und dich dann wirklich in diesem Moment noch mal hineinfühlen. und dir dafür danken, dass du das erst mal auch alles so bisher hierher geschafft hast. Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir uns ganz oft nicht schenken, dass wir uns erst mal auch unseren Erfolg anerkennen. Also es fällt jedem schwer und mir fällt das auch ganz besonders schwer. Und einfach anerkennen, dass es jetzt einfach mal so eine Phase sein darf. Dass es einfach mal die Puste raus sein darf und dass man diese Phase gar nicht wertet, sondern erst mal anerkennt. Und da gar nicht mit sich selbst ins Gericht geht oder gleich schon wieder unterschiedliche Dinge versucht zu lösen, sondern wirklich erst mal dich dafür anerkennen, dass du das, was du bisher getan hast, geleistet hast. Dass es okay ist, jetzt auch eine Pause dir zu gönnen. Und dass es auch okay ist, wenn du nicht so schnell wieder in deine Energie findest. So, und das ist so der erste Tipp. Wirklich diese Bestandsaufnahme machen und für sich erst mal an der Stelle auch ohne zu werten, selbst anerkennen, dass es in Ordnung ist, so zu sein. Ja, und dann ging es aber so, also das, bevor wir dann zum nächsten Tipp kommen, es war allerdings bei mir so, und das kann ich dir jetzt auch mal hier ganz kurz sagen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und natürlich guckt man auch, woran kann es denn liegen? Also zum einen klar, wenn man viel Stress hat, dann sind es natürlich mentale Faktoren, die einen da auch noch mal in ihren Bann ziehen und die entsprechend Energie rauben. Ja, aber ich kenne mich ja und jeder kennt sich, glaube ich, selber am besten. Und mit Stress umgehen kann ich ganz, kann ich wirklich gut. Und ich wusste, dass da irgendwas vielleicht, also nicht vielleicht, sondern ich hatte das Gefühl, dass irgendwas dieses Mal ein bisschen anders war. Also habe ich auch komplett noch mal mich durchchecken lassen. Tatsächlich, was ich schon regelmäßig mache, aber das lag jetzt auch schon wieder fast ein Jahr zurück und habe mal komplett meine kompletten, meine kompletten Werte, Mikronährstoffwerte, alles von oben bis unten durchchecken lassen. Und siehe da, man wird es kaum glauben, obwohl ich doch mehr oder weniger immer sehr auf mich Acht gebe, sehr gesund lebe, mit kleineren Ausnahmen natürlich. Trotzdem hat sich doch ein gravierender Mangel an Nährstoffen in den unterschiedlichen Bereichen gezeigt. Und das war natürlich einerseits eine Überraschung, andererseits hatte ich das aber auch schon selber so ein bisschen im Gefühl, im Gefühl, weil man sich ja natürlich auch mit seinem Körper beschäftigt und auch auskennt. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht gerade energielos und hast dir diese Pause gegönnt, von der ich gerade gesprochen habe und hast irgendwie gerade trotzdem das Gefühl, dass du nicht richtig wieder in die Gänge kommst. Und so ging es mir nämlich. Dann lass das bitte auch vernünftig abchecken und warte vor allen Dingen auch nicht zu lange damit. Und das war sowas, was natürlich noch mal ganz viel Licht ins Dunkel gebracht hat, denn wenn bestimmte Werte im Mangel sind, dann ist es natürlich auch eine logische Schlussfolgerung, dass man zusätzlich noch energielos sich fühlt. Also habe ich da jetzt auch erst mal genau wieder hingeschaut, aufgefüllt. Und da möchte ich dir auch noch mal sagen, nicht, weil man sich, also obwohl man sich gut ernährt, ausgewogen ernährt, Sport treibt und immer versucht, in allen Bereichen mehr oder weniger sein Bestes zu geben. Immer das Beste, was du an dem Tag für dich geben kannst. Es geht nicht darum, immer eine 100 zu haben und alles nur top zu machen, also sprich auf Ernährungsebene oder auf den anderen Ebenen, sondern immer täglich dein Bestes zu geben. Und nach diesem Motto lebe ich. Aber trotzdem kann das in bestimmten Lebensphasen nicht reichen. Und vor allen Dingen in Lebensphasen, in denen du super viel um die Ohren hast, ganz gleich, welche Phase das in deinem Leben ist, ob es beruflich ist, ob es privat ist, das spielt keine Rolle. Stress ist der Mega-Energieräuber. Also da wirklich auch noch mal gucken. Und dann kommt natürlich bei mir auch noch dazu, wir haben viele Folgen über die Wechseljahre gehabt, dass auch das natürlich ein großes Thema gerade ist. Also auch da genau hingucken. Und natürlich sind dann entsprechende Hormonwerte und alles komplett durcheinander. Und ich glaube, darüber mache ich noch mal eine separate Folge, weil es ist so logisch. Wenn du Stress hast, dann spielen natürlich deine Hormone auch verrückt. Wenn deine Hormone verrückt spielen, dann hat das natürlich wieder eine Kettenreaktion auf so ganz viele andere Bereiche deiner Gesundheit. Und natürlich auch am Ende nimmt das Einfluss auf dein entsprechendes Energielevel. Und das war bei mir so. Und ich bin aber gut eingestellt inzwischen und bin froh, dass ich das auch endlich jetzt wieder regelmäßig aufgenommen habe. Oder zu dem Zeitpunkt regelmäßig mache ich das, versuche ich immer, mindestens einmal im Jahr, alle Werte checken zu lassen. Aber es war bitter nötig. Und deswegen hier der kleine Reminder an der Stelle. Höre auf deinen Körper. Also lerne wirklich auch auf dich zu hören und wirklich auf dein Innerstes zu hören. Weil ich glaube, wir kennen uns alle am besten. Und ja, versuche dann dir in den Momenten das Beste zu geben. Und das war für mich an der Stelle klar, einerseits natürlich sich diese Pausen nehmen, aber andererseits vor allen Dingen auch noch mal wirklich checken lasst, was ist denn da eigentlich los? Und wie kann ich da auch für mich wieder in ein besseres Energielevel kommen? Und hier noch mal auch an der Stelle, falls du zum Naturally Good Summit kommst. Wir haben ja die wunderbare Dr. Elena Orfanus-Bökel mit beim Summit. Sie wird einen Vortrag halten und im Talk sein zum Thema Mikronährstofftherapie. Ich liebe ihre Bücher. Hier ist noch mal Werbung für sie unbedingt. Aber wenn dich das Thema auch so sehr interessiert, dann komm bitte zum Summit. Stell da auch noch mal deine Fragen. Hör dir die Vorträge an. Denn das ist genau das Thema, wovon ich hier gerade erzähle, weil diese ganzen Nährstoffe durcheinander waren, viel zu wenig da, also nicht genügend aufgefüllt waren. Und natürlich war es jetzt nicht total beängstigend, ja, oder irgendwie lebensbedrohlich. Aber es hat sich anhand meines Energielevels einfach gezeigt, dass ich einfach keine große, also dass mir diese gewisse Antriebskraft im Alltag gefehlt hat. Also, zweiter Punkt und zweites Learning so der letzten Monate. Lerne dir zuzuhören und ja, vor allen Dingen auch noch mal dich mit dir zu verbinden und herauszuhören, was dich denn eigentlich gerade innerlich beschäftigt, was denn eigentlich dein Inneres, also dein Thema ist, vielleicht auch wofür du gerade brennst, ja, weil auch das tut natürlich, es hat manchmal ganz viel damit zu tun, dass man sich ausgebrannt fühlt, weil man gerade nicht so genau weiß, wofür brenne ich denn eigentlich noch, ja, das Feuer ist so ein bisschen erloschen. Also dich da auch noch mal fragen, wie sieht es denn eigentlich in mir innen aus, was braucht es vielleicht gerade für mich, sowohl auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler Ebene, wofür brenne ich eigentlich, wofür stehe ich gerade, auch so Fragen, die ich mich natürlich auch in dem Zusammenhang zusätzlich gefragt habe. Aber das eine ist natürlich auch immer, begünstigt auch das andere, ja, wenn du nicht die entsprechenden Nährstoffe hast und dein Energielevel eben sehr niedrig ist, dann ist es klar, dass deine mentale Gesundheit auch nicht ganz so belastbar ist wie sonst, ja. Also von daher ist es natürlich immer ein auf allen Ebenen schauen, was brauchst du gerade. Ja, dann als dritten Punkt und weil es eben so war, dass ich irgendwie, ja, mir fehlte tatsächlich nicht nur der Antrieb, sondern ich fühlte mich auch richtig ausgebrannt, ja, und wusste auch, ja, gerade so Anfang des Jahres gar nicht genau, wohin geht die Reise jetzt und was will ich eigentlich und man stellt so vieles dann auch manchmal in Frage, gar nicht negativ gemeint, ja, nochmal positiv auf seine Erfolge auch zu schauen und sich zu fragen, ja, wo geht die Reise für mich eigentlich genau hin? Und genau diese Momente habe ich mir dann auch oder diese Frage habe ich mir verstärkt, auch in den letzten Wochen und Monaten habe ich mir die nochmal verstärkt gestellt. Es tut sich ja auch gerade einiges noch im Hintergrund, darüber kann ich dann erst in so den nächsten Folgen nochmal ganz ausführlich sprechen, aber was mir da immer hilft und das kann ich dir auch an der Stelle nochmal sagen, arbeite mit dem Vision Board. Wenn du mein Buch hast, wenn du vielleicht mein Journal hast, wenn du vielleicht schon mal bei den Retreats dabei warst, dann weißt du, dass es ein kraftvolles Tool ist, um wirklich nochmal so an seine persönliche, an seinen persönlichen Visionen zu arbeiten, ja, wo möchtest du eigentlich hin, wo siehst du dich, wofür brennst du, wie, welche, welche Dinge machen dich aus, damit du dich eben mit deinem höheren Ich verbunden fühlst, ja. Und das kannst du natürlich super in einem Vision Board machen, um tatsächlich dir auch nochmal darüber klar zu werden, um dich nochmal mit deiner, mit deinem persönlichen Lebensziel, mit der Vision von den Dingen, die dich ausmachen, zu verbinden, zu beschäftigen. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, es gibt übrigens eine ganze Podcast-Folge zum Thema Vision Board, aber ganz kurz, also auf dein Vision Board, du kannst natürlich in unterschiedliche Lebensbereiche reingehen, kannst alle Lebensbereiche beleuchten oder du kannst dir auch nur einen Lebensbereich herausnehmen, wenn du sagst, es ist vielleicht jetzt gerade deine berufliche Situation, die dich, ja, in die du gerne reinschauen möchtest, dann, ja, such dir den Lebensbereich aus und überleg, träume groß, überleg dir eigentlich einfach all das, was vielleicht auch so unvorstellbar ist, ja, dich da wirklich nicht klein machen, weil klein machen wir uns ja alle sowieso immer, dir wirklich überlegen, okay, wo sehe ich mich, welche Menschen umgeben mich, wie bin ich, versuche dich so größtmöglich in diese Situation jetzt schon hineinzuversetzen und dich damit zu verbinden und das eben auf ein Vision Board zu bringen, dass du anhand von einer großen Pappe, Weltpappe einfach, kannst du deine Bilder aufkleben, Dinge aus Zeitschriften ausschneiden, du kannst natürlich auch digital arbeiten, also es gibt so viele Möglichkeiten, und, aber das hilft immer ganz gut, um sich mal wieder so ein bisschen mehr zu zentrieren und auch sich mal wieder im Klaren darüber zu werden, was möchte ich eigentlich für mich. Also das als dritter Punkt, Vision Board. Und dann, nächster Punkt, nimm's leicht, ja, das Leben darf Spaß machen. und das ist auch so was, was ich mir immer wieder, vor allen Dingen in den Momenten, in denen ich so das Gefühl hatte, dass, ja, so ein bisschen die Orientierung gerade weg war, die Energie weg war und ich das Gefühl hatte, dass ich einfach gerade, dass sich alles gerade so ein bisschen schwer anfühlt, ja, und in den Momenten habe ich mir noch mal ganz bewusst gesagt, hey, nimm's leicht, ja, das Leben darf Spaß machen und ganz gleich, in welcher Situation du gerade bist, versuch es mit einer gewissen Leichtigkeit auch zu nehmen, ja. Ich weiß, dass das natürlich für manche Situationen schwierig erscheint, aber ich rede jetzt mal von meiner persönlichen Situation und da habe ich mich einfach gefragt, also, ne, es ging ja vor allen Dingen jetzt um dieses Thema Energie und wie finde ich auch wieder in meine berufliche Energie so richtig, ja, und da habe ich mir einfach gesagt, ich darf die Dinge einfach auch leicht sehen, ja, es muss nicht mit diesem verkrampften Gefühl, ich muss jetzt das und das in der und der Zeit für mich auch schon wissen und erledigt haben, weil, hey, ich wusste es tatsächlich nicht und es bringt auch nichts, wenn man sich dann irgendwie selber diesen extremen Druck macht und einen Zeitdruck gibt und bestimmte Dinge einfach so in eine Bahn lenken will, auch wenn das natürlich immer schön wäre, wenn das so funktionieren würde, aber es bringt nichts, weil das meistens dann nur schlechte Laune bringt und auch dann keinen Spaß mehr macht und ich habe einfach an bestimmten Punkten gemerkt, dass bestimmte Dinge, dass mir daran die Freude verloren gegangen ist, ja, und das fand ich ehrlich gesagt blöd und habe mir dann gedacht, nein, ich liebe so sehr, was ich mache und es bereitet mir ja auch so viel Freude und es gibt mir einfach so viel und diese lasse ich mir jetzt gerade nicht nehmen, ja, also ich erlaube mir auch diese Phase mit einer Leichtigkeit anzunehmen und auch mit einer bestimmten Freude auf diese Phase zu blicken und das hat mir tatsächlich nochmal geholfen, auch aus tiefsten Herzen zu vertrauen, dass es definitiv ja immer irgendwie weitergeht, dass es jetzt auch eine Phase ist, in der man einfach, ja, bestimmte Learnings vielleicht auch für sich hat und ja, bestimmte Dinge auch ein bisschen sortieren darf und aber, dass mein Fokus, dass ich mir den Fokus auf Fülle in meinem Leben nicht nehmen lasse und dass ich vor allen Dingen diese Zeit, egal wie der Weg ist und wie, ja, krackelig er jetzt vielleicht auch gerade verläuft, dass ich mir diese Zeit einfach nehme und dass ich sie aber auch mit einer Leichtigkeit sehe und das ist etwas, was mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen hat, vor allen Dingen auch dieser Spruch, das Leben ist ein Spiel, ja, es darf ein Spiel sein, es muss nicht ganz so ernst genommen werden und es darf Spaß machen. Das hört man zwar immer wieder, aber mach es dir einfach bewusst, es ist dein Leben, es darf Spaß machen, du bestimmst, wohin, wie du lebst und wohin du dein Leben lenkst, in jeder Sekunde und in jeder Minute deines Lebens bestimmst du das für dich und mir hilft das immer total, wenn ich mich wieder daran erinnere, dass ich die Gestalterin meines Lebens bin, dass ich die Richtung vorgebe, ja, und dass ich in jeder Minute entscheiden kann, in welche Richtung ich mein Leben lenke und das gibt mir dann immer nochmal diese Kraft und die Zuversicht auch zurück, auch wenn es dann trotzdem nicht immer ganz leicht ist, aber das ist, das ist ja auch das Leben, ja, und, aber es hilft und es schenkt mir dieses Vertrauen und das kannst du vielleicht an der Stelle auch für dich mitnehmen, egal wo du gerade stehst, versuch dich als Gestalter, Gestalterin deines Lebens zu sehen, um mit dir verbunden zu sein und vor allen Dingen in dem Vertrauen, dein Leben auch zu leben, dass du es in dem Moment, in dem du es gerade lebst, so gut lebst, wie es gerade eben geht oder kannst, ja, bestimmte Entscheidungen triffst, so gut wie du sie gerade von diesem Standpunkt aus entscheiden kannst. So, das ist so das, was mir persönlich da auch immer hilft, ja, die Dinge dann auch wieder leichter zu sehen, ja, also, das Leben darf Spaß machen, egal in welchen Situationen wir gerade stecken und versuch dich daran zurückzuerinnern. Ja, und letzter Punkt, um auch wieder voll in deine Energie zu kommen und vor allen Dingen auch ich, was mir geholfen hat, ist mir tatsächlich auch Hilfe zu holen, ja. Und du weißt ja, dass ich als Coachin viele von euch unterstütze, begleite, One-on-One arbeite, aber ich selber schließe mich da nicht aus, ja. Also, ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich unterschiedliche Coachings auch, bin in unterschiedlichen Coachings drin, die mich einfach auch noch mal zu unterschiedlichen Themen begleiten und was mir einfach gut tut, ja. Weil warum müssen wir uns selbst mit diesen ganzen Fragen, die wir dann einfach auch haben, ob es beruflicher Natur oder auch privater Natur, und oftmals hängt das ja ganz eng miteinander zusammen, warum müssen wir uns da alleine durchquälen, ja. Wenn es einfach Menschen gibt, die auch noch mal von außen draufschauen können und dich da in eine Bahn, ja, dich einfach unterstützen, dass du schneller wieder in deine persönliche Bahn findest. Und das habe ich für mich definitiv gemacht. Also, da geht es vor allen Dingen für mich gerade auch um viele spannende berufliche Fragen, die ich habe. Und es tut wirklich gut, da im Austausch zu sein und auch mal, ja, sich mit einfach diesen Blick von außen da durch andere verbinden zu lassen, um dann auch wieder selber einen anderen Blick zu bekommen und auch entspannter auf bestimmte Themen zu gucken. Dazu, wie gesagt, kann ich aktuell noch nicht ganz so viel verraten. Das mache ich aber sehr gerne noch mal. Aber ich kann dir nur sagen, in dem Zusammenhang, du musst, egal wie es dir gerade geht, wenn du mal eine Phase hast in deinem Leben, in dem es dir nicht so gut geht, du musst da nicht alleine durch, ja. Also, ich bin da sowieso keine Verfechterin von. Ich bin jemand, allein schon durch meine Ausbildungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und mit so vielen Coaches und auch in Coachings gearbeitet habe. Ich finde es einfach toll, weil durch bestimmte Hilfen und Tools kommt man einfach schneller an sein persönliches Ziel. Und deswegen, das gibt es ja für jeden Bereich seines Lebens. Und deswegen, wenn du gerade das Gefühl hast, hier gibt es was, wo du hängst, hol dir Hilfe. Das kann, muss nicht immer gleich ein Coach sein, aber kann natürlich ein Coach sein, wenn du jetzt auch beruflich vielleicht arbeitest oder therapeutisch jemanden an deiner Seite brauchst. Das kann aber auch natürlich der beste Buddy sein. Ja, also, hol dir einfach Hilfe und sei dir dessen bewusst, dass du da nicht alleine drauf schauen musst. Ja, das ist jetzt so ein bisschen hier im Schnelldurchlauf, habe ich mal so ein bisschen erzählt, wie es mir so in den letzten Wochen und Monaten ergangen ist. Es geht aber jetzt wieder. Also, falls dich das interessiert, ich bin, also, vor allen Dingen hat mir jetzt auch nochmal abschließend dazu geholfen, auch nochmal wirklich mit dem Thema Nährstoffe das wirklich im Blick zu haben. Das macht so einen Unterschied. Und ich weiß es ja, aber du weißt ja auch, wie das manchmal ist, dass man, ja, gerade wenn man sich mit dem Thema so sehr beschäftigt, dass man manchmal, ja, selber sich hinten anstellt. Schlechte Idee, aber es macht einfach so einen Unterschied, wenn du da wieder auch von innen heraus gut versorgt bist und manchmal geht es eben nicht nur über die Ernährung, ja, ganz oft sogar. Und du kennst meinen Ansatz und gerade wenn du präventiv arbeiten möchtest und präventiv vorsorgen möchtest, dann geht es sowieso nicht nur über die Ernährung, sondern dann braucht dein Körper einfach nochmal, nochmal mehr Nährstoffe. Und, ja, dazu kommt natürlich dann noch das Hormonchaos und was uns sonst noch so begleitet, Stress und, und, und. Aber das im Moment ist, bin ich da auf einem super Weg Ja, das heißt nicht, dass immer alles super ist, aber du weißt, glaube ich, an der Stelle, was ich damit aussagen möchte. Und, ja, ansonsten kann ich dir gerne nochmal die fünf Dinge zusammenfassen, die mir so in den letzten Wochen und Monaten geholfen haben. Zum einen, erkenne dich an und nimm es einfach mal wahr und hin. Es ist völlig okay, wenn du mal so Phasen hast, wo du einen Durchhänger hast. dann, ja, lerne dir zuzuhören, wirklich auch dich, nicht nur bewusst mit dir, dich mit dir verbinden, sondern auch wirklich mal hineinspüren, was brauchst du eigentlich gerade, damit es dir besser geht. Und das können natürlich mentale Themen sein, ja, also einfach mehr Ruhe, mehr Auszeit. Und es kann aber auch sein, dass dir vielleicht auch ein paar Nährstoffe fehlen, also dich da auch wirklich mal checken lassen. Dann, ja, gestalte ein Vision Board, wenn du da das Gefühl hast, dass du vielleicht, dass dir so ein bisschen die Energie abhanden gekommen ist und du jetzt irgendwie gerade so ein bisschen orientierungslos bist, also um dich dann wieder zu erinnern, was ist denn eigentlich meine Vision und wo möchte ich eigentlich hin? Da hilft dir das Vision Board ganz wunderbar und sei dir darüber bewusst, dass das Leben mit Leichtigkeit gesehen werden kann als vierten Punkt. Es darf Spaß machen und es ist, und du bist vor allen Dingen für dich und dein Leben verantwortlich und darfst auch entscheiden, in welche Richtung dein Leben gelenkt wird. Und als letzten und fünften Punkt hol dir sehr gerne Hilfe und lass dich da auch von anderen entsprechend begleiten, wenn du das Gefühl hast, dass du da vielleicht aus der Phase jetzt schneller herauskommst. Großes, ja, auf jeden Fall große Empfehlung von mir. Es tut immer gut und es spricht nichts dagegen und keiner muss durch irgendwelche bestimmten Phasen seines Lebens alleine durchgehen. Ja, und ja, das sind so die Dinge, die ich jetzt hier mal ganz kurz mit dir im Podcast die etwas andere Folge hier zum Naturally Good Geburtstag Podcast. Nicht Naturally Good Geburtstag, aber der Podcast hat Geburtstag. Vier Jahre. Wow, ich weiß noch, wie ich die erste Folge eingesprochen habe. Ich war so nervös und das ist schon so lange jetzt mein liebstes Content-Tool, mein liebstes Medium, wo ich einfach ja, Wissen mit dir teile, wo ich mich mit Menschen verbinde, Expertinnen und Experten, die hier auch schon im Podcast waren, die einfach ihr Wissen mit mir auch geteilt haben für euch und ich liebe diesen Podcast und ich hoffe, du liebst ihn genauso. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du dem Podcast eine Bewertung und Rezension schenkst und davon weitererzählst, vielleicht auch ja, einfach dein Herzchen da lässt und ja, gerne auch deine Momente teilst mit dem Podcast, also immer gerne auf Instagram oder auch hier in den Rezensionen. Ich möchte mich bei dir von Herzen bedanken, weil der Podcast ist regelmäßig unter den Top-Podcasts im Bereich Fitness und Gesundheit und Ernährung und das ist nicht selbstverständlich, sondern verdanke ich vor allen Dingen euch, weil ihr den Podcast ständig hört und downloadet und weiterempfehlt und ich möchte einfach Danke sagen. Also und das war übrigens auch damals so eine Sache, vielleicht noch abschließend. Ich wollte immer so lange einen Podcast machen, aber wisst ihr was, ich hatte echt Angst vor der Bewertung mal wieder und auch vor diesem Ui, jetzt hast du was gesagt, und jetzt ist es draußen im Podcast-Universum, was totaler Quatsch ist. Ich weiß noch, wie ich so aufgeregt vor dieser ersten Folge war und und ja und inzwischen ich liebe es. Ich nehme auch nie eine Folge zweimal auf oder sonstiges. Hier wird auch nichts rausgeschnitten, nur so blöde Versprecher mal. Also es ist wirklich immer alles so, wie es ist und ja, ihr mögt es. Dafür sage ich Danke und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht beim Naturally Good Summit sehen. Also alles in den Shownotes, die Links zu den Tickets, zu den Special Tickets kommen dazu. Ich freue mich auf dich auf jeden Fall und danke von Herzen. Danke, dass es dich gibt, dass du hier bist, dass ja, wir uns beim Summit vielleicht sehen oder irgendwo anders und bis dahin bleib gesund, fühl dich ganz fest umarmt und bis bald. Deine Adese. 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 Vielen Dank.